Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist fruchtlose Kunst, alles hier, dann bitte gehen wir ran an mal oder nicht. Weiter. Und jetzt rein lauter, komm, Bewegung! Auf die Auszeit! Auf die Auszeit! Der sieht aus wie kalt. Was? Lächeln verliebt. Ist das blöd? Ja vielleicht vom Gesicht, aber doch nicht vom Rest. Der ist breit! Jawohl, Jussi! Jussi? Oh, der kommt ja fast durch! Der ist unwenig abgelenkt. Gut, Martin! Hast du gute Hand bei dir! Das ist ein bisschen weg! Das ist ein bisschen weg! Das ist das Problem! Janis, einmal Trikot an. Welcher von mir ist die Kanzlerin? Oh, Jogi. Er läuft noch weiter. Ich glaube, das wäre der neben dem blauen Ding. Er hat ja hier sowas. Das ist das von Giko. Gute Nummer, Giko. Das sehen wir. Ja, der Mann, ich wollte das. Oh, er geht auch nicht. Und dann ist Thomas, ich habe gesagt, okay, raus. Du kannst dann davon los. Ja, ja, sag mal locker. Ist das hier ein Tonspiel oder ein Tredigspiel? Das ist ein Tredigspiel, ne? Das ist ja noch besser. Scheißegal, ob das Tor zählt oder so. Ja, das stimmt schon. Mika will diesen Pulli haben, damit er nicht kriert. Aber wenn dann ein Ball kommt und er den einsaugt, ne? Das ist doch so ein... Das ist doch so ein Tonspiel. Das ist das, was ich jetzt mal sehen kann. Das ist ja auch. Das ist das, was ich jetzt mal sehen will. Raus hin hin! Das stiegt ja noch dazu, das weiss ich. Das war ja ein Tonspielz an. Das war ja auch immer schon drauf. Ich meine, wo ist ein Hühnchen, wenn ich ihn mal sehen würde. Geht abgestoppt. Schau mal, ich will. Schüttelst du wieder die Wünsche oder so? Gut aufgefasst. Erst Sätze. Sauber. Lässig, lässig, ne? Am geilsten ist es, wie er es meint, wenn er mit Ferne gedacht hat. Ja, hallo. Das finde ich ja so unglaublich lustig, ne? Hannes hat lustig, der von Jutta auch mal mit Ferne. Das war alles? Ja, die Beine geht ja noch auf der Oberfläche. Warum? Ja, der ist beheizt. Hallo? Alter! Du brauchst auch keine Ferne oben, oder? Das war ja so, aber dann, du weißt doch, ich weiß das nicht. Ja, ja, ich weiß ja. Ich meine, Thermo, du weißt mit einem Scheiß, Thermo, warum ein Thermo? Das hab ich gehört, ich will. Ich glaube, ich will nicht alles sehen. Tschüss. Schülter, auch. Ich will nicht alles sehen. Ich will auch wieder so Touri spielen. Mossen! Mossen! Ja, dann haben wir die Jungs. Dann müssen wir nicht die Blase anziehen. Schmacki und Dennis schießen einfach nur so aufs Glas. Ja, das schießt man dran. Paul Peter Fasch, die ganze Zeit gegen die Glaswand von dem... Ja, von dem Unterstand. Paul Peter Fasch, die ganze Zeit gegen die Glaswand. Schönberger! Schönberger! Was lacht da nicht direkt? Ja, das ist der. Ich weiß nicht, man hat den Dänen in der Schule. Da musste ich... Michi und so haben gesagt, die kommt so... ...Messen Heinz, die kommt, die... Ja, das ist nicht so. Das ist der, der einen Kiefer mit Dreiviertelhose und T-Shirt rumläuft, seinen Oberarm hat, Sonne-Großmuskel vorne vor hat und ist hier immer mit meinem Vater aufs Kiefer. Ne, der geht immer ein, das ist der. Komm, 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 komm! Und wenn Michi anfängt, geht's zu feiern. Das ist so unglaublich. Das ist so unglaublich. Ich steh auch. Guck mal, die haben einen langer Laufen geholt. Ich denke, dass er auch noch was sieht, oder? Ich denke, dass er auch noch was sieht, oder? Ich denke, dass er auch noch was sieht, oder? Ich denke, dass er auch noch was ist. Ich denke... Was ist so einfach, Lennart? Das ist so einfach, Lennart! Oh, Herr Blan! Auf geht er noch. Auf geht er noch! Ich fand wohl immer Sainte. Und auch vor beiden zwei, ne? Den Phil Hahn! Den Raffi! Ja! Ja! Ja, ist rechter Bonner. Ja, man kann ja auch da... ...ein 5 Kippen. Ich bin so reingesteckt. Ich bin so reingesteckt. Wie gesagt, Dieterle! Wie gesagt, Dieterle! Wie gesagt, ich bin so reingesteckt. Wie gesagt, Dieterle! Oh, das war Dieterle! Wie gesagt, Dieterle! Nein, ist das nicht so reingesteckt? Lass hin! Der schwarze Chef... ...ist das nicht so reingesteckt? Ja? Ja, ich bin so reingesteckt. So, ja. Wo hat er eine Idee? Ja, woher? Das ist eigentlich nicht so reingesteckt. Das ist eigentlich nicht so reingesteckt. Das einzige, was er kann, ist er auch. Wenn er so ein Fall hat, ...ein der Leute so gut wie bei dir so gut sind, ...einfach genau wie auf dem Boden fach. ...einfach genau wie auf dem Boden fach. Ich will euch mal ... ...einfach genau wie auf dem Boden fach. Ja, das ist ja ... Nein! Ah! 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 Das Wort niemals in Boston ist angeboten. Ich will den zu Prasito aus. Ich will den zu blond wie ... Wenn du zu Boston sagst, ...krieg mal was schnaz. Die andere geht doch gerne runter. Ah! Ah! Oh! Oh! Das war Hauke! 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 Das ist der Schuss! Das ist der Schuss! Weiter Leon! Oh nein! Nein! Ich habe die Dänke von Leon abkennen lassen! Das ist der Schuss! Auf der Fall! In dem Typ ist einfach da aber gar nichts. Was ist der Schuss denn? Gefälscht! Noch gehalten, Schiri! Oh Gott! Wie setzt die auf dem Boden? Oh Mann! Ja, das geht auch! Feier die! Und jetzt kommt! Es geht schnell! Hier ist sie hier an! Hier ist sie wieder hinten! Hier ist das! Trag die Ball voran! Oh! Schon wieder von Jogi! Ich lasse die Jungs aber rum! In dem Video, die mir sagt nichts! Ach, hallo! Hier Riko, du hast den Ball! Oh! Trenge noch schön! Also weg mal! Zuckers, Zuckers! Ja, Linus weiter! Ja, wir sind auf die Linke, seitdem. Ist das zackhaft? Das ist Mädchenfußball noch nicht wahr. Ja, gut gemacht! Und zurück! Sehr gut! Ja, sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Hau dir den wieder auf! Hau dir! 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 Alles gut, Leute! Hau dir! Hau dir! Was war das denn jetzt? Hau dir! 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 Ich muss nur dritteln, dasatz! Dieser Hauptschlag! In dem was sollen getauscht werden? Warte, spiel erstmal weiter.. Hau dir! Hau dir! Hau dir zu viel! Auf geht's! Hau dir! Hau dir! Das ist genau Nummer 10, Mann. Das ist zurück Nummer 10. Die Fresse hat sich wieder unerlaubt Zugang verschafft über das Vereinsgebäude. Oh, schön angenommen. Schön gehalten. War gut. Sauger. Wie lange noch? 2 Minuten. Sauger. Raus. Das ist gezögert. Schön. Und der zweite ist los. Der hat gleich gestartet. Wäre alles gut gewesen. Wer da führt? Wer da führt? Wer da führt? Ja, aber schon seit 15 Minuten oder so. Seit 19 Minuten. Gut, Hamburg. Wie steht es noch dabei? Braunschweig-Lachdorf gerade 1-1. Ich bin schon vergessen. Mann. Dortmund 0-77-00, Hamburg 1-1-2-1, Ausport, und Mainz 1-1-2-1. Was? Mainz ist auch gar nichts bei. Mainz ist so memoriert. Spielt, Leute! Und wir laufen. Test 0 1. Jungs, komm ich jetzt um. Komm ich jetzt um. Ich lass mich einfach alles besser machen. Zur Schule fahren. Geh Ski. Französisch. Geh Ski. Latein. Nochmal Latein. Freistunde. Nach Hause fahren. Haare schneiden. Haare geschmissen. Kistenmacher. Das ist so unglaublich. Am Freitag, derzeit, ich glaub ich hab 8 Snapchat gekriegt. Ohne auch einmal zurückgesnappt zu haben, ne? Und dann, das fängt an mit zur Schule fahren. Dann fragt man den Mord raus, man. Dann kommt da irgendwie Geh Ski. Dann kommt Pipo. Latein. Doppel Freistunde. Pipo. Nach Hause fahren. Jetzt zum Visieren. Haare geschnitten. Ins Bett gehen. Oh, Alter. Gistenmacher, das interessiert keinen. Mal fahrs hin, Mann. So ist wieder ein Mund. Verdammt. Ich mache ein Paar. Du kommst ja nicht raus, dieses L 1979. Wolfgang Blät zum Krisenkreis. Das muss Founder 2019 gar nicht. Das war's für heute. Die Klaas, eine Minute. 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 Die Klaas, eine Minute.